Beim Isdorf ist gerade Indoor, dadurch dass alles so eng zusammen ist, eine super tolle Stimmung und macht so viel Spaß dort zu springen und das mitnehmen zu können. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, der Wettkampf ist immer wieder schön, das Publikum ist super, es macht Spaß und auch dieser Duell-Charakter ist mal was anderes, es ist einzigartig und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Es ist ein bisschen anders, ich denke, es ist viel Spaß, ich denke. Ich finde dieses Diskus-Duell Männer gegen Frauen, das ist wirklich was weltweit Besonderes, das gibt es wirklich nur hier, das ist die einzige Disziplin, wo das überhaupt möglich ist. Wir haben da tolle Athleten am Start, aber auch in allen anderen sieben Disziplinen wirklich die besten der Welt und wir sind eine Woche vor den Hallen-Weltmeisterschaften, also ich erwarte überall auch herausragende Leistungen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.